hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge sunken land ach schön wir sind wieder da also wir werden heute noch einige dinge tun ich würde gerne einen ausflug ich würde sehr wohl gerne noch einen ausflug mit euch machen aber wie gesagt das problem ist das update das angekündigt wurde und ich müsste hier einige folgen daher im voraus aufnehmen das erzeugt dann wieder die probleme dass ich vielleicht in einer version bin die naja die einfach nicht mehr aktuell ist so wir nehmen mit ein bisschen holz und werfen das in die einzelnen gerätschaften rein so heute möchte ich gerne vorbereiten da haben wir noch das hier das gut das gut wir laufen mal rauf schön es wird mir so viel ach ja dann haben wir ein bisschen holz dann haben wir hier mit ein bisschen holz und mit ein und ein bisschen holz so dann haben wir hier holz hinzufügen hinzufügen und hinzufügen da müsste noch die ja genau der fischeintopf ist da noch drin naja da haben wir fertig gepumpt glaube ich dies voll eine geben wir uns ins inventar soweit so klar da kommt auch eine 2 in race sehr vereint so was kann man dann noch rein tun ja sein wir machen mal 15 dosen super dann würde die mal teilen auf genau 15 sein beim dann stecken wir da hoch das nehmen wir rein ein bisschen verbannt so soll es sein so wir haben das und das hier auch schön es gibt gleich wieder die sonne auf ja wir sollten reparieren aber meine lieben also reparieren dabei ist meine ich aber das will man heute vielleicht eher nicht machen ich würde diesmal was anderes an pflanzen weil wir haben echt viel kohl und zwar schön durch die bank alles was wir haben wir fangen an mit erdbeeren zitrone wir machen mal erdbeeren zitrone so 123 dann haben erdbeeren 123 so das kann man weg tun dann brauchen wir kartöffel 1 123 so damit nur von einem irgendwie was einpflanzen so was brauchen noch baumwolle würde ich keine pflanzen nö baumwolle würde ich keine pflanzen dann machen wir noch mal erdbeeren so hier 1 2 3 super so erdbeeren sammelt rein alles ist gut jetzt können man später holen jetzt aber da muss holz hinein glaube ich dass wieder der ganze treibstoff drin das gut wir haben das hier wir haben das hier kohle einfüllen guck an also er hier so und kohle einfüllen so dann sind wir heute eher ein bisschen beim thema vorbereitung auch gut da ist gar nichts mehr drin gut auch gut so so zwei davon vielleicht kann man auch was basteln damit schauen wir mal schauen wir mal dann sehen wir schon so womit mache ich das mit chemikalien ich mache das mal mit chemikalien schauen wir mal da rein dann haben wir hier stoffe das gehört doch schon darüber ja genau da haben wir echt viele wenn ich mir überlegt wie das am anfang war naja so sortieren die zwei würde ich da rein tun die würde ich zurückpacken da würde ich jetzt echt sagen also fünf reichen befinden immer so viele wenn wir irgendwo hinplündern gehen so dann schauen wir mal darin über all stoff brauchen na klar haben wir ja genug genug haben was so super nehmen wir noch zehn packen das zurück so stoff zurück stoff zurück stoff zurück passt so so holz ist gut ja viel finde ich haben davon nicht bekommen also von dem zehn stück aus einer chemikalie wird eines naja aber wenn ich mir überlegt wir wollen zwei für fünf naja naja passt ja 60 75 schuss naja naja so dann das hier wir sortieren durch ja schon langsam fühle ich mich hier auch wieder wohl mit der racer weil die haben so holz bringen wir gleich rüber das brauchen wir ja hier aber hier genau so und das tragen wir jetzt nur das lassen wir da das lassen wir da so essen rauf zum essen es ist so steht gehört das so so was brauchen wir das brauchen wir wenn immer wieder fisch fisch haben wir jetzt tapuen ja wir haben tapuen den bringen auch weg so da ist so und schwamm haben wir auch sortieren beim oder super ist das so wenig jetzt erst auf so dann haben wir ihn beim unter hinten machen auch noch sehr gut da haben wir alle mit aber hier der der und die fisch super kommt da rein super so oben ein bisschen darf ein bisschen das werden wir gleich auffüllen weil wenn wir über auf vorbereiten reden wir brauchen ja vorerst braucht man mal glas so hier hier wie viel glas kümmerten machen zubehör hier nein werkzeuge ja wahrscheinlich ja jetzt muss passen so das kommt da rein du kannst das ewig sortieren ja ist aber nicht gut so wasser nehmen kann man da auch wasser nehmen wahnsinn oder wenn wir mal mehr wasser hinzufügen ja und wir werden sehen wie lange die pause wird da bräuchten wir da bräuchten wir so kübel irgendwo haben wir kübel 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 hier ja kann man machen aber da würde ich mir lieber ein zweites so ein ding bauen hier aber damit das endgültig voll ist alles geladen alles vorbereitet super machen wir noch mal einen sehr cool so einer fehlt noch sehr schön den gehen wir auch noch ein so die base reparieren ja das können wir irgendwann mal moment jetzt müssen wir noch mal so jetzt passt so wasser nehmen 1 2 3 wie viel haben wir da fünf fläschchen hätten wir noch so super jetzt passt so einmal füllen wir den kübel noch auf dann räumen wir ihn weg passt super so leere kübel kommt da rein da wieder die axt rein wir bereuchten ja den reparaturhammer kann wir nehmen in ins inventar da kann ja nichts schiefgehen so das kommt da rein wir haben ein bisschen kohle ein bisschen ist gut wie viele leere flaschen haben noch eine ok kein holz mehr drin ich stehe da davor und warte so wir brauchen hier und holz hinzufügen 1 2 3 4 wir brauchen hier holz hinzufügen 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 Wasser nehmen so fertig ja ich weiß jetzt haben wir es extra angefüllt egal da wird da wird wir bringen die wasserflaschen rauf jetzt haben wir auch schön viele wasserflaschen 21 wasserflaschen das hätte ich mir nie gedacht zu beginn niemals zur feier des tages wir essen das da so super und ja toll machen wir gleich so da haben wir alles ausgeräumt jawohl da ist alles ausgeräumt fisch ist fertig fisch ist fertig fisch ist fertig fisch ist fertig nein hier fisch ist fertig super das kommt da rein ach sehr schön so da ist ein beutel den holen wir jetzt gleich wenn wenn da ein beutel ist dann da ohja frische krabbe ich bin schon ein wenig traurig jetzt wow ok das war echt laut das war unangenehm es war unangenehm so haben wir da noch was drin aber dann auch super holz hinzufügen 12 12 hier ist eine kohle da werden wir auch noch so schön pumpen damit das vorbereitet ist wenn wir es dann mal brauchen holz hinzufügen wunderbar und holz hinzufügen noch besser so wir gehen da mal rauf gehe ich um eins daneben das nächste mal bauen wir keine leiter sondern auch eine treppe so da haben wir den drin den drin ja vielleicht hätten wir noch was anderes auch kochen können sollen so 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 gemüse ist voll den krebs gehen wir da rein schön sortieren so super so dann holen wir noch den rest ja bei den können wir ein andermal ok ohja die batterie müssen wir noch austauschen hier ja batterie entnehmen so batterie der rein so soll es sein dann brauchen wir hier noch ein bisschen benzin ein bisschen ist gut wow fünf benzin noch oder vier nimm mal vier so nö dann haben wir den da ach was soll der geiz so dann füllen wir hier in den noch und der ist voll sagte der tankwart so nein Truhe nicht hier genau den will ich oder können wir ja wirklich da können wir ja wirklich so so was haben wir da drin alles haben wir da drin wir nehmen auch noch Benzin mit super so sehr cool so was noch fehlt wäre natürlich Bandfalle können wir hier schwere Sturmgewehr das hätte ich echt noch gerne gehabt aber vielleicht im oder mit dem nächsten Update wir haben so tolle Sachen gebaut was was ja boja Suchscheinwerfer vielleicht mit dem nächsten Update meine Lieben ach schön wunderbar so dann würde ich noch sagen wir probieren weil das hätte ich gerne probiert so Waffenwerkstatt und zwar die hochwertigsten das sind die hier M4 M16 USG das würde ich gerne probieren aber die haben wir gar nicht glaube ich so was haben wir Mauser Enttäubung wir können von jedem eine bauen das machen wir jetzt das machen wir jetzt das machen wir jetzt so wir brauchen was brauchen wir denn für die hier ja von denen haben wir gar keine ah die kriegen wir auf den anderen oh ja oh ja eine AK-47 das macht sich eigentlich bin ich mit denen die wir haben wirklich zufrieden eine diegel da haben wir wir haben das ist ja eine eine GP Dings da okay die würde ich gerne ablegen oder Stun SMG die da würde ich gerne ablegen so und dafür bauen wir uns eine Desert Eagle so wir brauchen 6 Eisen und 6 Gummi haben wir das überhaupt so 6 Eisen und 6 Gummi Gummi ja ja alles gut so 6 Eisen ach und diese Teile von denen haben wir eh genug so dann schauen wir mal hier Desert Eagle Bam Maschinenpistole könnte man auch schon bauen die haben wir gebaut die haben wir noch also ich würde bei der bleiben deswegen die nicht bauen schauen wir mal wie viel die andere hatte 15 glaube ich Muni ach die hat nur 8 Schuss okay naja naja so dann was wollen wir noch Jogged Gewehr 48 wir haben das alte Repetiergewehr damit bin ich eigentlich sehr zufrieden das Fernkampf vielleicht so und für den Rest fehlen uns die Teile so da würde ich sagen wir nehmen den ganzen Schrott den wir haben die Waffenteile so legen wir weg das legen wir weg den Gummi legen wir weg Bam so und das geben wir jetzt der Dame der guten Dame haben wir dann noch Teile ja die Teile hier okay schauen wir nochmal hier Rüstung also wir haben taktischer Helm 30 wir haben Polizei Helm 25 taktischer Helm Helm der Spezialeinheit ja ja Helm taktischer Helm da brauchen wir äh taktischer Helm bitteschön teilen genau einen Bam den legen wir zurück den wollen wir vielleicht fertigen so das brauchen wir nicht taktischer Helm brauchen wir nicht Motorrad brauchen wir nicht Football brauchen wir auch nicht so die Wild Weste Armee Weste Polizei schauen wir mal welche besser ist Armee Weste 35 taktische polizei die Taktarmee 35 taktisch 40 und wir haben im Moment 30 ok so eine davon Teilen auf 1 Bam die würde ich auch da lassen dann bauen wir uns die zwei Sachen nachher so was haben wir da drin da haben wir eine eine Kampfweite Weste kaputte Armee Weste Kampfweite Weste verkaufen wir Armee Weste ok im Moment wir haben 30 Armee Weste 35 taktische Weste ist halt 40 aber das das wird's ich will das probieren ich will das probieren so ne zählt nicht das ist nicht die die Militär Weste taktische Weste steht dort auf ist sie nicht so 20 Stoffe 6 Stahl so wir brauchen 6 Stahl 20 Stoffe Bam den droppen wir was brauchen wir noch irgendwas brauchten wir noch die da ballistische äh Moment Moment so taktischer Helm den droppen wir auch gleich und den droppen wir auch gleich damit wir Platz haben so wir können das hier machen Bam Armee Weste yeah 35 25 wir haben immer mit 30 das heißt yeah so und die können wir auch gleich verkaufen so Polizeihelm da haben wir leider das Problem taktischer Helm probieren wir den taktischen Helm hm taktischer Helm wir brauchen mehr Gummi Gumm so taktischer Helm Gumm Bam so den taktischen Helm Gumm gehen wir da oben hin jawoll hat vielleicht 30 passt doch besser zur Weste weiße arme Mädel naja so wir haben das brauchen wir nicht mehr kommt hierher das brauchen wir nicht mehr kommt hierher Gummihammer über räumen wir weg so Gummihammer über ach Gummihammer naja so lauter Zeug das wir jetzt der Traderin geben haben wir da noch was über nö haben wir da noch was nö da geben wir nix der Traderin Tröderin so ich würde gerne zur Traderin aber mit dem Teil hier guck dann da guck an dahe ich guck dann dahee so wir schauen einfach was wir kriegen mit der Traderin jibi so da sind unsere Kisten und so weiter Hallo ja genau so deswegen Ach, geangelt haben wir auch noch nicht. So, da. Da. Ich fülle das alles mal an hier. So. Was kriege ich? Nix. Was brauche ich? Nix. Die Angel hätte ich gern. Aha. Da wird die häkel, die Dame. Okay. Die. Wir haben eine Angel. So. Jetzt haben wir endlich die Angel. Ich will die alle haben. Ich meine, man muss bedenken. Bei uns liegt das Zeug ja auch nur rum. Yeah. So. Und jetzt kriegst du den ganzen Rest hier gegen Münzen. Ja, wir machen das so. Oder eine Batterie und Münzen. So. Münzen. Machen wir mal Batterie. Deal. Gib mal her. Oh. Okay. Deal. Bam. Ich dachte, das ändert sich. Also, dass das über die Zeit mehr wird. Oder andere Dinge. Aber wir müssen die Farbe wechseln. Von unserem Lutboot. So. Batterie entfernen. Volle Batterie rein. Bam. Die halbvolle. Und die kann man da rein. Jetzt haben wir da eine Ersatzbatterie. Da eine Ersatzbatterie. Es ist wunderbar. Und eine Angelhammer. Gehen wir gleich in den Werkzeugkasten. Die Angelstar. Hip, hip, hurra. So, davon könnte man auch noch gerne zwei mehr vertragen. Chemikalien. Wunderbar. War ein erfolgreicher Ausflug bei der Traderin. So. Wir gehen nochmal rauf. So, meine Lieben. Ich glaube, es ist so weit. Ah, da rauf. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder. Entweder in dieser Staffel oder in einer anderen Staffel. Aber wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.